Wenn ein Betrieb so funktioniert, darf man ja auch ein bisschen stolz drauf sein. Eine gute Vermarktung geht nur mit guter Qualität. Und da ist die Lüftung ein ganz, ganz entscheidender Faktor bei. Wir haben auch dieses Jahr Zwiebel sehr grün eingelagert, um eine sehr gute Schalenqualität hinzukriegen. Es funktioniert wunderbar. Die Lüftung, die kriegt auch grüne Zwiebeln bei einer sehr hohen Lagerhöhe gut trocken. Das bietet ja auch Sicherheit. Also ohne Regeltechnik würde ich heute keine 5000 Tonnen Zwiebeln lagern. Es sind die gleichen Werte, die wir damals hatten, die hat die Regeltechnik heute auch. Nur es ist natürlich deutlich genauer, so ein Programm, und es ist viel, viel einfacher. Ich mache die Vorgaben, ich sage, die Luft durch die Zwiebel soll 15 Grad haben. Das sage ich dem Computer und er regelt es dann. Die Übertragung und die Steuerung von der Halle von zu Hause aus, das muss funktionieren. Das funktioniert wirklich perfekt. Also ich kann jeden Wert von hier aus regulieren, neu einstellen. Ich habe die gesamte Übersicht, die ich auch am Lager selber habe, die habe ich auch hier auf dem Bildschirm. Das ist wirklich völlig einfach. Das ist auch für Menschen in unserem Alter noch gut zu lernen. Und die Firma MEU hat einfach Leute beschäftigt, beziehungsweise Kontaktpersonen, die sehr viel wissen, die sehr freundlich und zuvorkommend sind. Dass die eine Seite und die andere Seite ist, dass die Technik, die geliefert wird, inzwischen auch sehr gut ist. Was die Anlage angeht, fühle ich mich sehr sicher. Da ist man schon ein bisschen stolz darauf. Es beruhigt und es macht auch Freude.